Ah, da ist sie auch schon. Ich glaube nicht, dass ich diese Leute nicht glauben, Gerard. Das ist deshalb, dass ich mich zu sehen, Kotter. Er ist nicht gut. Und er wird nicht länger leben. Ich muss ihn sehen. Ist er da? Es gibt eine Grund, dass ich Sie mit Ihnen gesprochen habe. Ich brauche Sie, dass Sie mir etwas tun haben. Ich wollte ihn nicht mehr so fassen, Gerard. Es ist das Leid, aber... Das ist dann, dass sie mich gefunden haben. Die Nachtschäde. Ich brauche Sie, dass Sie das, was zu Ende sein. Was? Das ist unser Weg, Gerard. Sie müssen es ihm geben. Ich glaube, dass Sie das machen, Gerard. Sie sind der einzige, der kann. Ich werde. Sie können mir glauben, ich werde das richtig machen. Danke, Gerard. Er hat so viel Angst. Ich habe auch gerade gewartet und geguckt. Aber es läuft. Ja, das habe ich auch im Kopf. Versuchst du mal? 4? Ja. 4? 5? Ja. Und für immer dann weiter... Ja, er bringt immer ein paar Minuten vor der Auftrag und dann wieder... Das kann auch gefährlich sein, wenn er reconnecten will schon oder so. Ja, ja. Uh. Ja, wenn das Internet geht, ist der Mob erbost. Ich weiß, was mit dem passiert ist. Ich weiß, was mit dem passiert ist. Ja. Ich weiß, was mit dem passiert ist. Ja. Ich weiß, was mit dem passiert ist. Ja, ich weiß, was mit dem passiert ist. Ich habe es gesagt, was mit dem passiert ist. Ich habe es gesagt, dass ich das nicht verletzt habe. Ich habe es gesagt, dass es nicht verletzt ist. Ich habe es gesagt, was mit dem passiert ist. Ich weiß nicht, was das Wildling dir gesagt hat. Aber das wird ihn töten und seine Blut verletzen. Alter, deine Schulter sieht echt scheiße aus. Ich bin hier. Wo ist Sylvie? Ich will sie sehen. Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie? Wenn sie etwas passiert ist. Es geht nicht. Es geht nicht. Es geht nicht. Sie hat mir geholfen. Sie hat mir geholfen. Ich dachte, sie hat sie weggebracht. Oh. Oh. Oh, oh. Oh. Oh, oh. 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 Er war unglaublich wunderschön. Ein kleiner Mann hätte vor ein paar Tagen sterben. Aber ich denke, dass du schon das über ihn kennengelernt hast. Gott ist ein kämpfer. Er ist immer so. Ich kann das sehen. Aber jetzt kannst du diese Mordung geben, um seine Leben anzunehmen. Das war immer für mein Vater. Es ist ein gewöhnlicher Symbol der Macht der Nordgrove. Er wurde von Oro. Der Handel ist mit Oro aus diesem sehr Baum. In meinem Vater, du sprachst für House Forrester. Es scheint nur richtig, dass du das jetzt sollte. Du bist hier für ein Grund, Garret. Es ist kein Verständnis, dass sie dich senden. Ich versuche. Ich werde Lord Forrester stolz. Ich weiß, dass du was notwendig machen kannst. Es ist notwendig. Ihr Freund ist sterben. Aber seine Leben ist zu viel wertvolle. Gib mir sein Herz. Seine Herz. Und seine Todesmacht. Und seine Todesmacht hat ein Sinn. Wir können ihn für ein größeres Ziel, Garret. Ein ähnlicher Ritual, um zu helfen, um die Macht der Nordgrove der Nordgrove. Aber... Wir müssen das machen, Garret. Ich schäu, was passieren kann, wenn wir nicht. Es schäuert. Es ist 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 schäuert. Schäuert würde die Nordgrove fallen. Es ist schäuert. Es ist schäuert. Es ist schäuert. Es sind schäuert. Es ist schäuert. Es ist schäuert. Ich muss das machen. Es ist schäuert. Für die Nordgrove. Ich bin bereit. Garret. Ich kann es nicht mehr nehmen. Es ist schäuert. Use seine Leben, um uns zu stärken, Garret. Scheiße. Da sind sie böse und da stirbt die Führer nicht. Ich bin ja da vor. Ich bin mein Freund. Ich würde nicht hier sein, wenn es nicht für ihn wäre. Und ich muss aufhören, was Sylvie hat mich getan getan. Dann ist es so. Das ist so. Hmm. Hmm. Give the signal. Remember. No matter how much they might provoke you, we must let them think they've won. That's them. Here we go. Queen. Clever. Send the girl first. Don't let her play with your head, little brother. Lady Forrester. My apologies for arriving unannounced. I was hoping I might have a word in private with Asher. The plan steht noch. I think we can agree these are not ideal circumstances. Agreed. But these are the circumstances we find ourselves in. I know how you must feel, Asher. But your family has suffered. It's unimaginable. Which is why the bloodshed must stop. I agreed to your father's terms, didn't I? You did. But I know you, Asher. You're not the one to roll over so easily. You don't like being pushed into a corner. It's not in your nature. I don't need your sympathy. I agree to your father's terms, that's all there is to say. I wish I could believe that. But I know you too well. You have to understand. I've risked everything to bring peace between our houses. To meet with Roderick in secret. To tell him of the traitor within these very walls. To make sure no harm came to Ryan as our ward. All while persuading my father that bloodshed would end if we were to wed. I have no ulterior motive. No hidden agenda. Just peace. Once and for all. I'm sorry, but I don't trust your father. He ordered the ambush. It just as soon slit my throat as Sios way. That was before. My father would never betray my trust. Wow. You're shy. My father scared of you. Is he? With Roderick, he knew who and what he was dealing with. But you. He thinks you're dangerous. You proved as much when you attacked his men. They came after us. I know. And that's all in the past now. I promise. We can make this work, Asha. This is our one chance. Together we can control the future of our houses. Just promise me. When my father and brother walk through that door. Nothing will happen that could threaten that future. Our future. I need your assurance. Nothing will happen. And at this point, it's in the hands of the gods. Begging your pardon, my lord. I'm afraid Lady Forrester requires your help. Of course. I should go. Thank you. What help does my mother need? Sorry, my lord. It was the best I could think of. But we have everything in place. How should we proceed? I need the poison. Of course, my lord. I need the poison. Of course, my lord. And there. Elisa. I'm sorry it's come to this. But at least it's done. Where's my son? Right to it, then. Mother! Oh mein Baby! Oh mein Baby! Enough snubbering! You can have him back when we have hammered out the details of your surrender. Oh mein Gott. Schnapp nie sich den nicht einfach einmal, wenn er da ist. Hahaha. Ich dachte, dass ich das letzte von dir gesehen habe, wenn Gregor dich auf den anderen Seite der Welt gebracht hat. Du bist mein Vater, Herr. Du denkst, dass ich dich immer wieder an deinem Vater kenne? Keine Ahnung, wenn ich nicht so sehr schweigartig war... Vater, bitte. Ich weiß, dass das nicht einfach ist, aber es ist richtig. Du möchtest, dass du dich unterhalten, Herr Whitehill? Aye. Und hol mir etwas zu essen. Ich bin schweigartig. Talia, warum holst du ein Wein für seine Herrschaft? Wir holen uns schon, ob er das trinkt. Wir dachten, dass du hier sitzst, Herr Whitehill. Ich sitz da. Vielen Dank. In der Herrschaft. Es ist nicht wie dein Vater, dass du dein wertvolles Arsch in ihn wolltest. Unsere Halle ist dein, Herr Whitehill. Ich bin schweig. Du bist sicher, dass es mein Blöde ist. Ich bin zufrieden, dass du es bereitstellt hast. Du bist ein Moment. Du bist mein Arsch in die nächste. Deine falschen Lüge nicht für mich, Forrester. Du wirst, Vater. Ich bin nur, dass du den Respekt hast. ich dachte einmal böse sein reicht so lord forrester you made your ways the sellsword out there a little rape a little murder anything for the right price your family must be so proud and all those bed slaves the sellsword must enjoy across the narrow sea ah i can't imagine how my sister will be able to please you and you set back on a horse when we last drew swords your family will sing about that for years you quite the mouth on you forrester how'd you like me to shove my sword down it yeah not so much enough bloody nattering sit the hell down griff and let's drink a toast we should make a toast ah what shall we toast to come on then let's hear it don't make me sit here waiting to drink to ethan and roderick who were the best of us and to ryan is now home where he belongs to my brothers dear brothers then no 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 this isn't right you first then me in the way of the north come forrester let's drink together as lords of our houses come forrester let me let it be you and i who seal this bond for our houses for our children iron from ice iron from ice not bad water be be water he's choking help him you 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 fucking you let's get up Oh, komm. Zack, weg mit der Rübe. Ah, jetzt lässt er den laufen. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. Oh, komm. We've been betrayed. Huh? They killed my father! Attack! Attack! Halt! Halt die Gäste! Wir können nicht so viele kämpfen! Wir sind verletzt! Wenn sie die Gäste haben, dann können wir nicht kämpfen. Wir können nicht die gesamte Whitehill-Armee kämpfen! Mein Herr, deine Schmerzen! Geh sie zur Sicherheit! Natürlich, mein Herr. Ich möchte dich mit dir, Asher! Bitte, Talia! Die Schmerzen! Asher! Ein Herr ist hier! Ich bin der Herr! Er ist hier! Halt! Halt! Ich bin der Herr, dein Schmerzen! Wir müssen die Gäste zurückkontieren! Wir müssen die Gäste zurückkontieren! Wir müssen die Gäste zurückkontieren! Wir müssen die Jäste zurückkontieren! Oh Gott! Archer! Schraaf! 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 Die Schraaf haben uns gefeiert. Gute Idee, Westerosi. Wir geben die Schraafs einen willkommen zu erinnern. Was haben Sie denn das gemacht? Ja, der liegt da! Endlich! Riechend! Schraaf! 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 ja ich ließen wie wird schwer ja er Ja, und der müht sich halt wieder aus. Nicht verbrennen! Ach du Scheiße! Wunderbar, so ein kleiner Schnittwender. 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 we have to get you out of here I'll be damned if I let another Lord die on my watch thank you don't you know what you will survive for the House for all of us at heart this day Nein! Vielen Dank. Du hast die richtige Sache gemacht. Ich habe das, was ich tun musste. Er war dein Freund. Oh Mann. Oh Mann. Du hast alles verändert. Auch wenn wir das alles vorbereiten haben. Jetzt haben wir viel Zeit. Wir wurden hier für ein Grund. Um die Nordgrove zu retten. Winter kommt. Und wir haben eine Rolle zu spielen in der Krieg zu kommen. Mein Vater würde niemals aufzunehmen und sehen, wie die Forrester fallen. Nicht, weil wir noch etwas tun können. Es ist zu lange, um zu erreichen, Ironrath zu erreichen. Es wird bereits verloren. Gregor glaubte dich für ein Grund. Du wissen, dass die Forrester zu retten ist, was die richtige Sache zu tun. Du bist derjenige, die sie geplant haben, Garret. Du solltest dich derjenige. Die Forrester braucht unsere Hilfe. Also werden wir die Forrester entfernen und gehen nach links. Die Gäste steigen uns und schützen uns. Die Führung der Königin. Die Gäste sind in der Nähe von dem Königin. Die Gäste sind in der Nähe von dem Königin. In dem Namen des Königin. Ich sende euch die Mögen an Tod. Ja, 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 ja. Schhh, ach guck mal, sie ist auch da. Ah, ja. Oh, no. This young woman is accused of murdering a loyal servant of the King, who here bears witness to her crimes. I will speak to them. This woman is a traitor and a murderer! Shameful! Take her head! Kill her! She's innocent! A disgrace to her family name! Meera Forrester, in the sight of gods and men, and in the name of the King, I sentence you to die. Shame! Kill her! If you have final words, speak them now. She's innocent! Meera! A brave woman! Shame! Iron from ice! A brave woman! Kill her! Kill her! I'm sorry. Oh, no, no problem! Kill her! I didn't ask her! I'm sorry, it's not bad. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ja, 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 echt. So. Und niemand kommt dir mehr helfen. Wahrscheinlich habe ich es komplett falsch gemacht. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, 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 ja. Oh, Paeson, I'm fire I am. Oh, Paeson, I'm fire. Tja, und jetzt warten auf die nächste Episode, würde ich sagen, um dann weiter zu versagen. Na ja, bis dahin, auf Wiedersehen.